sauber hier. Neues Wasser, fresh. Bei der Hitze muss man auch baden können. Und Else wartet so lange. Ganz brav. Wie schön du bist. Geh mal ins Wasser, komm. Baywatch mäßig. Ja, ist ja extra eingelassen. Frische Badewanne. Du sollst nicht dein Badewasser saufen, du sollst baden. Guck mal schön in deinem kleinen eigenen Whirlpool. Onkel guck zu und du badest. Lifestyle. Wenn der Scheich persönlich den Tiger besucht. So, während MC Gustav mein T-Shirt isst, weil er weiß, dass Leial eine Supermarke ist. Wie für ein Rap-Deutschland? Wie für ein Rap-Deutschland? Ja, der Inge-Ware. Bist du glücklich oder was, Alter? Was macht ihr hier, Alter? Hört auf, euch zu streiten. Guck mal, genug Platz beim Onkel, Alter. Guck mal, der Hände hängt hier schon auf halb acht. Er will einfach drauf.